Lifestyle die Nummer eins in Fitness, Gesundheit und Wellness. Sie finden uns in Zellingen, Würzburg und Magdeidenfeld. Im Lifestyle erwartet Sie eine optimale Mischung aus Fitness, Gesundheit und Wellness. Lifestyle bietet modernste Fitnessgeräte auf über 3000 Quadratmetern. Wählen Sie aus über 70 Kursangeboten pro Woche. Es begleitet Sie dabei ein top ausgebildetes und herzliches Team. In unserem Rückenzentrum haben Sie die Möglichkeit sowohl präventiv als auch mit Rückenbeschwerden zu trainieren, um Ihre Schmerzen zu lindern. Mit unserem Forever Schlank Abnehmkonzept können Sie dauerhaft abnehmen oder trainieren Sie wie die Stars und Profisportler von heute mit VibraFit, eines der effizientesten Trainingsmethoden der Welt. Entspannen Sie sich in unseren Wellnessbereichen mit Sauna, Solarium oder einer Kosmetikbehandlung. Und während Sie trainieren oder einfach nur genießen, werden Ihre Kinder in unserem Kinderparadies optimal betreut. Sie ist es! Sie ist es!